So Leute, da sind wir wieder bei Vegas 12 und wir sind Sefi und Jutis bei einer neuen Aufnahmerunde von Baten Kytos Origins und wir haben mit den Charakter-Quests angefangen. Das heißt, wir können uns jetzt aussuchen, in welcher Reihenfolge wir die nächsten drei Level machen wollen. Vorschläge? Gilo! Gilo hat euch lieb! Och man, persönlicher Favorit hier. Eher, lasst mich! Achja, ich habe übrigens oft nach Georg gesucht. Falls ihr euch erinnert, wir waren ja schon einmal da in Al-Fad in der Wüste und haben ihn gesucht. Ich habe ihn gefunden, aber die Quest lässt sich noch nicht starten, bzw. lässt sich überhaupt nicht starten, weil wir entweder zu spät sind oder weil uns halt der Speicherstand von den US-Baten Kytos fehlt. So, und dann machen wir uns mal auf Dua. Ja, aber wir wissen ja ganz genau, wo Dua liegt. Das ist ja überhaupt kein Geheimnis. Und dann wissen wir uns mal, was wir hier sehen. Dähendlich sind die Kutaten. Die Kutaten! Ich habe sie gelernt vor dem in der Schule. Sie sind eine toxische Kutaten-Kutaten-Kutaten-Kutaten, die aus vielen Straten. Lass uns mal nach unten. Sie sind so viel zu verbleibend, dass man nicht sehen kann! Du bist ruhig. Ihr Schwochen schweig macht mehr Turbulenz als die Kutaten. Hätten wir das doch schon im ersten Teil gekonnt. Stattdessen springt ins Verderben! Aber hey, da an der Seite kannst du ganz leicht runter gucken! Da kannst du ganz leicht durchsehen, was da ist! Stimmt! Ich kann da durch gucken! Das sieht doch so easy aus! Ja ne, wir müssen da runter! Nein! Okay. Okay. Zu spät, Sargi! Oh ja, überhaupt nicht verdächtig! Oh das sind Kinder, rennen wir mal hinterher! Du musst nicht doch Bewohner denken! Unsere Kinder werden von Fremden verfolgt! Nicht schon wieder! Weißt du was ich sehr beruhigend finde? Es führt kein Weg zum Zosmator! Noch nicht! Der würde hier irgendwo abgehen! Aber nein, er ist nicht existent! Und hier zum Wolkenlabyrinth kannst du auch nicht gehen! Die Quest wird einem immer sympathischer! Und hier war ja noch der Garten des Todes, da kommt man auch noch nicht hin! Weißt du, mit dieser Schokoladermbol, wo man sich so durchkämpfen musste! Ah ja! Und Zosmator Turm war ja der mit den ganzen Steinen! Ja, den hab ich gemacht! Oster noch unten, da bin ich auch unten gegangen! Ja gut! Aber ich war auch einmal da! Ja! Oder hast du nicht sogar nach unten gemacht? Ich hatte das beim zweiten Mal, wo du dann gesagt hast, dass du Bock mehr hattest! Algorab! Hatten sie auch kein bisschen verändert? Sieht ein bisschen sauber aus! Und da ist eine Blume oben! War die vorher auch schon? Ich glaube schon! Oder? Nein, ich glaube nicht! Die war vorher da oben! Ich glaube ich lebe auf dieser Straße! Ich erkenne die Stimme! Oh! Hi! Ich glaube nicht! Wir haben es noch nicht gesehen! Ich werde das später später erzählen! Ich werde das später noch mal erzählen! Jetzt muss man mal nach meinem Haus! Ich werde nur eine Szene hier im Öffentlichen! Ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Die Brats von früheren sind noch immer auf uns! Das... Das God-Kraft kann sprechen? God-Kraft? Was ist ein God-Kraft? Nichts! 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 Bitte, folge mich! Ich glaube, wir haben in einen Wespen-West gestochen! Ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Das ist das Gart-Kamro! Was ist das? Was ist das? Ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Wir sagen uns die Villager, dass Sie gute Freunde sind! Und natürlich! Kinder der Erde wie sie! Aber wir haben keine Maske! Wir haben keine Maske! Die Maske ist eine Sorge! Die Maske ist eine Bedeutung! Und jetzt nicht so gut für sie auskriegen! Aber bei der Maske sollte sie sich nicht mehr und zu verhalten haben! Der Typ, ich habe nichts gehört! Ich bin nur zierde! Genau bin meine Maske! Die Maske ist eine Sorge! Der Typ, das muss ja furchtbar sein! So was zur Dingsons zu tragen. Zur Zierde. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du dadurch mehr siehst oder so. Dann gibt es ja irgendwas zum Plänen im Brand, Schatzen. Vielen Dank. Was macht der Gutschein-Pack hier? Oder das Gutschein-Pack? Der Gutschein. Der Gutschein. Pack. Das Pack. Das Pack. Das Booster-Pack. Das sind jetzt ein paar Trading-Karten. Das ist gar nicht die Tür. Da ist die Tür. Und ich so, hä, was macht sie da? Außer Plönern und Brandschatten. Ist das ein Huhn da unten? Nein, ein Glucksack. Klack, 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 klack. Also nicht Gluck, Gluck, Gluck. Im Englischen heißen die, glaube ich, Klacker. Also Glucker. Mit C. Und in der deutschen Vision. Hey, mach mal mit zur Zeit. Ich weiß noch, hier haben wir im Let's Play die Scheidungspapiere gefunden. Jedenfalls, ich dachte, hier wäre halt die Tür und das Pelliband. Ja, der ist ein Segen. Oder ein Flug. Oder ein Flug. Ist denn hier nichts Neues? Ich dachte gerade, der betet. Setzt der da überhaupt? Der betet wirklich? Ich glaube, ja. Ist da noch was drin? Oh, nein. So, noch ein Gutscheinpack. Mann, die Leute sind hier erreicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich fertig mit denen. Oh, das ist noch eine Tür. Hinder! Ich habe keine Aufmerksamkeit. Ich dachte gerade, der guckt da den Cursor an. Oh, wir können was verbessern. Und ein Dünnerkopfgewand und ein Eiselement. Ich mache mal das Sonnenkopfgewand. Oh, wird das auch mal nützlich? Schwarzbildsgewand. Du hältst ein... Äh, Fortwarn. Ach, mit dem Wasser. Ja, machen wir gerne. Ist das noch so hoch? Frost Element! Oh nein. Gut, schon abgeben. Ja! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn, acht, neun, zehn. Oh, das ist eine richtig gute Ausbeute. Ich meine, wir haben hier einen großen Halt dran. Dann haben wir hier eine Schneeprüstung für Sagi. Wir haben hier nochmal vier Millie-Illusionen. Und wir haben ein gefrorenes Schwert. Und ein Efriti-Säbel. Und zwei aufgestiegene... Oh ja, hier zwei verbesserte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und hier auch zwei aufgestiegene. Hier für Millie ihre Level 2. Ein frohne Schwert. Goldene Ressent. Nice, Worn. Das kann ich doch sehen lassen. Was kann ich hier noch kaufen? Ein Set, nur mag man. Ähm, Leute, wo ist unser Geld hin? Haben wir kein Geld? Tja. Leute, was ist hier nicht in Ordnung? Ich kann nicht sehen, wie viel ich ausgebe. Also, hey, das Teil erinnert mich irgendwo an Santos' Helm. Stimmt. Weißt du, dass sie aus, als wäre so diese, ähm, die Zunge gerade hoch. Mhm. Oh, ein Erste-Hilfe-Set. Können wir uns das noch leisten? Ich kaufe es mir einfach. Hier, 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 kannst du aber alle hier auf die Level kaufen. Ein Donnerschut. Super. Kann ich es mir noch kaufen? Ich probiere es einfach. Kann ich das kaufen? Oh ja. Vielleicht hast du so einen Back gefunden, wo du alles kaufen kannst. Nö, ich bin nicht, Platte. Da scheint wohl irgendwas beim Aufräumen farbel angegangen zu sein, wie man es auch schön sagt. Und zwar eben. Die Bandage kann raus, dafür kann... Wo ist denn der Dach? Weißt du? Weißt du, ich werde immer so schnell nach oben ist? Ja. Das war voll witzig, ähm, weil wir angefangen haben zu listern, ich irgendwie bei der Sache bin sofort... Die Zeit ist fast um! Beeil dich! Gemma. Village. Dorf. Dorf? Dorf. Dorf. Ich hab doof verstanden. Irgendwie ist das alles hier furchtbar kitschig bunt. Gemma. Das Beobachter-Dorf. Früher war es nur das Dorf Gemma. Ich dachte, das heißt Gemma. Gemma. Habe ich Gemma gesagt? Ja. Oh, Entschuldigung, was das ist? Gewohnheit! Oh. Gibt auch hier, es gibt doch diese tollen Teleporter. Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich Teleporter statt. Hey, der eine teleportiert sich sogar. Hey! Runter von meinem Teleporter! Teleporter! Ich glaube, du kannst dich nicht nicht... Tint-t-t-t... Oh, was willst du? Willst du eine Maske? Ja. Ja, wir wollen eine. Dann bringen wir etwas Bergapfelwein. Ich gebe dir dafür eine Maske. Soll ich hier an Bergapfelwein kommen? War da nicht vorhin noch irgendwo Wein? Ach nee, er hätte es ja schon Feuer aufsammeln können. Ja, wir hätten einen Bergapfel aufnehmen müssen und den dann halt fermentieren lassen. Oh Gott. Wie in echtem Leben, wenn du Apfelwein habelst. Ist hier noch der Shop drin? Mal so eine Frage. Ja! Ist das ein guter Shop? Du hast eh kein Geld mehr. Ja, aber hier gibt es immer noch ein Erste-Hilfe-Set. Und du weißt ja nicht, wie viel Geld du hast. Und den kenne ich der Freiheit. Du kannst es ja noch kaufen. Du weißt ja nicht, wie viel Geld du hast. Ich gucke gleich mal, wie viel Geld ich habe. Ja, Zente. Da. Du siehst ja. Du siehst ja noch. Gute Misuti hier. Ich weiß es. Hallo, wo ist Misuti? Also Misuti in der Zukunft. Ein Magna-Mix und Zett. Hallo, bist du Misuti's Mami oder Papi? Gerne. Oh ja, ich glaube schon, dass du mit dem Verwandt bist. Ja, ich hätte gerne einen Markus-Pakutschein. Ähm, ich gebe dir das auf. Das brauche ich nicht. Und das, 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 das. Schön, dass man jemand den Müll rausbringt. Das, das, äh, ja. Ähm, ähm, das und das. Vielleicht noch das und das. Nein. Ähm, ja. Ja, annehmen. Ich bin es abgeführt. Nein. Warum ist das Spiel abgestimmt? Das war zu viel, viel Spiel. In dem Sinne verabschieden wir uns erstmal und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ich ihn ganz normal gemacht habe. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao. Auwe. Vielen Dank.